So, hier nochmal mitnehmen. Und dann mal hier irgendwie rüber springen. So, und nun? Ja, du quascht mich und ich quasche zurück, oder wie war das? Hallo? Warum hat das nicht funktioniert? Es war doch genug Wasser hier. Na, egal. Fantastic Quote. Ich sehe nichts. So. Finde ich immer super. Das meint, ich habe hier irgendwie was Tolles gemacht und da habe ich eigentlich nicht ganz getan, aber nur gut. So, der ist weg. Kann ich dich nicht auch hier greifen? Nee. Wieder so einer weiß, den kann ich nicht greifen. Einfach mal weil. Weil es halt ein zu schwerer Gegner dafür ist oder sowas. So. Hey, da ist er ja wieder. Yay. Lass uns einen Wasserturm suchen. Dann geht das Gespräche wieder los. Halleluja. Da ist er. Ja, so könnte man es sagen. Na, komm. So, mal rüber und da hin. Ja, komm, komm. Ist gut. Ja. Allesamt hier. Wollen einfach nur nerven, ne? Jo, sehr schön. Herausforderung dazu abgeschlossen. Was will ich eigentlich mehr? Okay, jetzt sind alle nass. Dann kann ich die hier in Ruhe einfach mal alle zerstören. Wahrscheinlich wartet auch dort oben bei dem Wasserturm dann der nächste Sandkolem, der richtige. für die andere Herausforderung, die da oben stand. Von wegen hier, die tue drei Sandkolems. Verbinde das mit drei Wassertürme und du hast alles auf einmal. Wahrscheinlich. Nein, nein, ich will nicht direkt zum Sandsturm hin. Nur hier so ungefähr. So ungefähr. Der ist... Ja, nervig. So. Und da ist doch hier einer von den größeren Sandkolems, ne? Die voll angepisst sind darüber, dass ich hier seine Verteidigung durchbrechen kann. Theoretisch. Praktisch? Äh, nö. Warte, 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 warte. Meins. So viel Zeit muss ja sein, ne? Nein, das war eigentlich die falsche Person, aber nur gut. So. Jetzt habe ich sie beide angenasst. Angenasst. Ja. Gut, durch. Was soll's? Muss ich ja nur gucken, dass ich die jetzt auch noch hier fertig kriege. Geht, wo ihr wohnt. Okay, nur noch einer. Den sollten wir theoretisch schaffen. Okay, es sind sogar fünf Sandkolems. Entschuldigung. So. So. Springen wir mal wieder rüber hier. Und können von hier aus dann irgendwie weiterhüppeln. Ich wüsste wie. Von da aus. Na, nee, nee, nee. 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 Vielleicht. Eventuell. Ja, so ist okay. So wird ein Schuh draus oder sowas. So lange ich nicht den Sand berühre, ist ja alles okay. Aber der Sand ist diabolisch. Nein. 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 Kriegst mich niemals lebend. Ich will doch die Embleme haben. Haben wir hier. Haben wir das da. So. Haben wir hier. Na, so viel Zeit für die Embleme muss ja wohl sein, ne? Irgendwie. So ein bisschen. Hier ist nochmal eine Spinne. Gibt auch nochmal ein paar extra Punkte. Stoppe den Sandsturm. Ja, bei Zeiten. Noch ein Sandkolem. Yay. Zusammen mit anderen. Pappos. Ja, und die Sandkolems sind wirklich so intelligent. Sie machen Wasserfässer kaputt, damit sie matschig sind. Das nenne ich. Intelligent. Muss ich ja doch irgendwie sagen. Komm, mach mal, mach mal, mach mal hier. Warte, warte, warte. So. So, hat das mit dem Vanessaen hier ordentlich funktioniert. So, oh. Weiß. Emblem-Sammler abgeschlossen. So, warte. Warte, 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 warte. Au. Lass den Mist. Backman ist sauer. Irgendwie. Ich weiß zwar noch nicht, wie sauer, aber irgendwie sauer ist er schon. Und dann müssen wir gleich mal wieder ins Upgrade-Menü gucken. Habe ich zumindest vor. Dass wir so die ein oder andere neue Upgrade-Möglichkeit haben. So. Okay. So viel dazu. Und dann jetzt schauen wir mal. Was haben wir denn? Was haben wir denn? Was haben wir denn? Wir haben jetzt hier so was. Hier hätten wir theoretisch weitere Kostümer. Wenn wir es tatsächlich schaffen sollten, 80 Herausforderungen zu schaffen. Was ich nicht weiß. Aber machen wir es ja nie. Ja, mal gucken. Kampf Upgrades. Was wollen wir denn? Wir wollen. So ein geladener Angriff wäre sich nicht verkehrt, wenn wir die hier mal anschaffen. Hier für sämtliche. Muss ich es ja halt nur dran denken, die auch zu benutzen. Äh. Da, 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 da. Das ist wieder so eine Kombo. Weißt du? Ich weiß nicht, ob ich die hinkriege. Konter. Zeit zurück zu Schlangen. Drücke X, wenn Spider-Man mit LT-Angriffen ausweicht, um die Offensive schnell an dich zu reißen. Ah, okay. Das klingt an sich nicht so verkehrt. Nehmen wir mal. Äh. Erstaunlicher Netzzyklon. YB. Ja, dafür reicht es jetzt nicht mehr. Goliath-Hieb. Gedöns. Sind ja jetzt alles so die Kombos, weißt du? Jetzt wird es lustig. Bei Zeiten. Aber. Nun gut. Brauche ich halt erstmal noch ein paar Punkte. Ich spare mir das noch mal ein bisschen. Jetzt erstmal. Zurück zum Wesentlichen. Wasserturm muss umgeschubst werden. So, und da hinten ist der Letzte. So. Äh, okay. War gerade überlegen, wie am besten machen. Jetzt ist natürlich alles klar. Also, fast. Hier mal rüber. Hier, dann wahrscheinlich nochmal kämpfen ordentlich. Not now, boys. Daddy's got work to do. Geh weg. Wollen wir mal so. Wollen wir mal irgendwo da hin. Hat tatsächlich funktioniert. Ja, super. Jetzt habe ich fast sämtliche Wässer... Was? Wässer, Fässer. Ja. Ihr wisst schon. Gedöns. So, warte mal. Kann doch hier jetzt mal einen X-Schlag aufladen, ne? War gut. Nicht, wenn ich hier angegriffen werde. Aber so theoretisch. Ja, ist gut. Ist gut. Ist gut. Leute. Okay. Macht euch selber nass. So. Und dann gucken, dass ich hier irgendwas umhauen kann. Ja, roll am besten runter, Kollege. Roll am besten runter. So, warte, 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 warte. Ach, shit. Zack. Oh, komm. Okay, ich kann hier jedes Mal denselben Feind nochmal durchnässen fürs Achievement, für Herausforderungen, wie auch immer. Das ist ja auch irgendwie fragwürdig, oder? Mein, so kommt man an die Herausforderung ran, aber... Eigentlich würde man ja sonst denken, ja, pro Feind oder sowas. Aber es geht so natürlich auch. Fässer stehen hier genug rum, dann machen wir die Herausforderung nochmal schnell, bevor wir hier in den nächsten Bossfight kommen, oder sowas. So. Und wieder eine Herausforderung weniger, die wir machen müssen. Okay. Gut. Eben hier nochmal schnell das, das, ähm... Ding ist ausgetestet. X gedrückt halten. Okay. Und er verschwindet wieder in einer Mühne. Eine Mühne. Mit Ü. So, einmal hier. Meins. Meins. Kein Gegner, der hier rauskommt? Hm. Dann machen wir folgendes. Oh, nicht so. Nee. Wie macht man denn hier das Tor auf? Ich hab keine Ahnung. Hat das immer durch Zufall gemacht. Nicht irgendwie gezielt. Ach, guck mal. Plötzlich sind da Gegner. Wieso waren die denn eben nicht da? Hab ich nicht richtig den Mittelpunkt des Levels getroffen, oder was? Oh. Sag mal. Willst du nicht hier mal ins Wasser kommen? Das Wasser ist erfrischend kühl und nass. Genau. Was? Achso. So geht das. Ah. Muss man halt lange genug aufladen. Und. Ach, shit. Daneben. Kommt schon. Na, nicht so. Das da bringt auch immer noch nichts. Hast du das Gefühl? Nein. Wir können hier ganz toll schießen, aber... Ja, super. Jetzt hängt er da fest. Ähm. Okay. Läuft doch nochmal ins Wasser rein hier. Oder mach mal hier... Nehm. Nein. Ich wollte so ein Fass. Gib mir ein Fass. So. Also, dass wir dich trocken machen wollten, was war jetzt nicht der Plan. Aber nur gut. Kann ich jetzt ja durch. Ja. Also ist es doch gegnerabhängig. Aber manchmal waren halt da noch Gegner da. Ich bin verwirrt. Ich bin manchmal einfach wirklich verwirrt. Hm. Sand. Er muss ja durch diese Wallen gehen. Hehehe. Und sie sagen, ich bin kein Detektiv. Das Drill könnte wahrscheinlich Swiss-Cheese ausmachen. Aber der Operator muss ja sofort... Hilf, jemand, hilf mir! Ich werde mich von Sand-Kreaturen getestet. Hm, aha. Hm, aha. Ja, genau. So. Ja, ja. Das hat mir irgendwie schon fast gedacht. Ist aber auch gut, wenn... Ich dann nichts treffe hier. Absolut gar nichts. Gebt mir nicht auf den Sack hier. Sonst gehe ich euch auf den Sack hier. Muss ja mal sein. So, ich glaube, der eine ist hinüber. Und ab auf den letzten. So. Nein. So war es nicht geplant. Hier. Ja, ach, da ist gar nichts. Ja, also... Bleib mal locker hier. Muss ich dich jetzt wieder beschützen? Ich glaube, nicht, dass ich den Boer beschützen muss. Vor irgendwelchen kleinen Sand-Kreaturen, oder? Doch, natürlich. Wieso denn auch nicht? Gut, es sind auch große Sand-Kreaturen. Aber es geht ums Prinzip. Es geht einfach nur ums Prinzip. Ja, shit. Shit. Ja, bleib mal locker, Mädel. Bleib mal locker. Ja. Boah, wie viel Hits hält der denn noch aus? Oh, komm. Okay, der ist weg. Habe ich nur noch den einen hier irgendwo. Oder auch nicht. Den habe ich vielleicht nebenbei getötet. Ich weiß es nicht. Ja.